Mit diesem Auto ist wirklich Walter Röhrl berühmt geworden. Das ist das erste Auto, wo er damals mitgefahren ist bei der Olympia Rallye 1972. Und da ist der Name Röhrl das erste Mal in den Ergebnislisten aufgetaucht, was eigentlich wirklich keiner glauben konnte. Die haben erst gedacht, es wäre ein Zeitnahmefehler, wo der Name Röhrl mit dem Ford Capri und der ersten 5 aufgetaucht ist. Die Ergebnisse wurden wieder gestrichen und nach mehreren Prüfungen taucht immer wieder der Name Röhrl und Ford Capri auf. Und da haben die Leute erst den Namen Röhrl mit diesem Auto in Verbindung gebracht und dadurch wurde er wirklich bekannt. Und diesen Ford Capri kann man dann jetzt im Februar auch hier in Bremen sehen, begutachten, drumherum gehen, angucken. Richtig, genau. Da ist das Auto jetzt wirklich das erste Mal so weit, dass er fahrfertig ist. Und ja, Walter Röhrl wird da sein, Jochi Klein wird da sein, Gunter Wanger und ja, alles was mit dem Auto zu tun hat. Der Christian Geishofer wird auch da sein, der das Projekt unterstützt. Und ja, da wird das Auto das erste Mal so richtig präsentiert, dass er wirklich fahrfertig da steht. War schon ein ziemlich langer Prozess. Also wir haben jetzt ein bisschen über zwei Jahre dabei gesessen, das Auto wirklich wieder so herzustellen, wie er jetzt hier steht. Die letzten Sachen werden jetzt noch gemacht bei der Messe. Müssen wir nochmal so ein paar Sachen abklären mit dem Jochi, was er noch so aus Erinnerung weiß, wie, wo, was gesessen hat. Aber so im Großen und Ganzen dürfte es eigentlich fertig sein, ja. Da waren zum Beispiel die Sitze, der Überrollbügel, die Mittelkonsole, Fahrwerk, Hinterachse, Bremsanlage, das alles gar nicht mehr vorhanden. Also das Auto wurde irgendwann mal Mitte der 80er Jahre wieder zurückgerüstet zu einem Serienstraßenauto. Tauchte dann in Husum in der Scheune wieder auf und dann wurde das Auto von der AJW-Jugendwerkstatt zerlegt. Dann kam die Rucke raus und nach uns hin und dann haben wir angefangen zu recherchieren, was wurde damals an Teilen eingebaut. Dann hat zum Beispiel ein Kollege aus Irland hat uns für das Auto einen Tank angefertigt und ein Wasserkühler. Ein Kollege aus San Marino hat das Getriebe dafür wieder angefertigt. Firma Bielstein hat das Fahrwerk dafür gebaut, nach alten Unterlagen von 1972. Und ja, wir haben halt alles zusammengetragen und angefertigt und ja, jetzt ist das Ergebnis zum Gutachten.